Hallihallo und herzlich willkommen von der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Ich begrüße euch ganz herzlich hier von unserer Baureihe 01. Wir fahren hier diesen Dampflok-Sonderzug einmal über die Strecke von Duisburg nach Bochum mit Zwischenhalt in Essen. Wir haben hier die Baureihe 01 als Dampflok hier. Natürlich ein Repaint aus dem Creators Club für die Flanke Scotsman. Und von meinem guten Freund, dem Brickmaster, haben wir hier noch die F-Zugwagen. Repaint sind im Creators Club. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wir haben hier diesen DSG Speisewagen. Ihr seht es hier Speisewagen. Und der DSG, der, ich glaube, deutschen Speisewagen-Gesellschaft. Und dann haben wir noch mehr F-Zugwagen. Und das Ganze, ja, hier im Fahrplan von Hauptstrecke Rhein-Ruhr im Free-Roam-Modus. Und ich würde sagen, wir setzen uns in unsere Lok und fahren los. So, hier angekommen, können wir erstmal die Türen auf der rechten Seite freigeben. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Vermutlich nicht, aber gut, dann ist das so. Ah, hier haben wir auch noch die roten Lichter an. Wir gehen mal hier mal ganz kurz so die Türen frei. So, AWS lassen wir natürlich aus. PZB und LZB und sowas haben wir hier nicht im Führerstand. Wir können einmal, ja, die Tür ist zu. Wir können mal hier reingucken. Aber hier passt soweit, glaube ich, alles. Öffnen wir mal die Katzenklappe. Ja, das sieht soweit so gut aus. So, dann ist die Tür offen. Ja, gut, die eine Tür ist offen. Machen wir wieder zu. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon losfahren, denn unser Signal zeigt Fahrt. Fahrt dazu erstmal den Richtungsschalter in 75% vorwärts. So, und jetzt langsam den Regler öffnen, beziehungsweise Bremsen natürlich lösen. Das ist ganz klar. Und jetzt den Regler öffnen. Moment, warum rollen wir nach hinten? Das ist natürlich nicht gut. Ah, gut, ich habe natürlich den Richtungsschalter auf rückwärts gestellt. Kein Wunder, dass wir nach hinten fahren. So, Richtungsschalter natürlich auf vorwärts. Und jetzt lösen wir die Bremsen. Und. Ui. Da drehen uns einmal die Räder durch. Na. Vielleicht müssen wir sanden. Ja, jetzt funktioniert es. Wir tun natürlich so, als hätten wir eine PZB. Und halten uns selbstverständlich an die Geschwindigkeit. Würden uns an dieser Stelle dann aus der restriktiven Beeinflussung befreien. So, und Zylinderhähne können wir schließen. Wo sind die Zylinderhähne? Da müsste irgendwo hier vorne sein. Da. Zylinderhähne schließen. Und hinterziehen. Und hinterziehen. Und hinterziehen. Jetzt ferschen wir hinten mit. Speisewagen dran, F-Zugwagen, toll. So, wir müssen mal den Richtungsschalter ein bisschen zurückdrehen. Und gehen mal hier in die Ansicht rein. Dürften theoretisch schon 50 fahren, die Flying Scotsman darf 75 Meilen pro Stunde fahren. Das sind glaube ich 120 kmh. Die Tatzenklappe wollte ich jetzt nicht öffnen. Allerdings wollte ich den Richtungsschalter ein bisschen runterdrehen. Ja, sehr, sehr, sehr schön hier. Und jetzt auf dem Weg nach Mühlheim, wo wir auch halten werden. Ich glaube, ich habe es vorhin vergessen zu erwähnen. Aber in Mühlheim an der Ruhr, Hauptbahnhof, halten wir auch. Einmal über die A40. Von wem das Repent für die Flying Scotsman ist, da bin ich mir nicht zu 100% sicher. Da gibt es ein paar im Creators Club. Und einmal über die Ruhr. Hier vorne in der Kurve ist dann die Ruhr. Und wieder im Hauptbahnhof. V-Signal signalisiert uns. Freie Fahrt. Sehr, sehr schön. Wahnsinn, wie diese Treibstangen hier arbeiten. Und das sieht einfach nur toll aus. Seeliggewicht für Lock & Tender 179 Tonnen. Wasser 34 Kubikmeter. Kohle 10 Tonnen. Knorufremse. Stengebauart L. 1935. Ja. Wahnsinn. So kurz mal natürlich, ob die Karne guckt vor dem Mühlheim ist. Also müsste da ein Stierum sein, glaube ich. Wartet noch nur 185. Genau, Wielerwanderwurst-Tür um. Hier fahren wir einfach durch. Wir können schon mal den Regler schließen. Einfach mal rollen lassen. Eine Regionalbahn. Ich habe dort auch noch aus. Beziehungsweise ein. Und hinter dieser Kurve erwartet uns dann Mühlheim. Vorher noch Mühlheim-West. Wo, ich glaube, kein Zug hält außer die ersten drei. Auf diesem Streckenabschritt waren wir auch schon mal unterwegs. Können wir mal den Zug an uns vorbeifahren lassen. Entschuldigt, für die wilde Kamera. Fahrt. Und hier vorne ist dann gleich Mühlheim. Wir legen die Klammer schon mal leicht an. Dann müssen wir gerne wieder lösen. Dann müssen wir gerne wieder lösen. Und hier vorne ist der Bahnsteig. Gehen wir doch in die Ansicht. So, ganz langsam eingefahren. Dann mal vorsicht. der zug ist gleich komplett am bahnsteig die passagiere sind aber echt nahe hier am bahnsteig stand okay und wir legen die bremsen an dann öffnen wir einmal die türen jetzt mal von hand so die türen vom speisewagen bleiben dazu so ja genau natürlich die zylinder hähne öffnen den können wir schon auf 75 prozent vorwärts stellen und dann würde ich sagen jetzt haben die leute genug geguckt die s-bahn fährt auch schon ein wir schließen die türen müssen leider von hand machen aber dann ist das so dass jetzt eine englische dampflok nicht kompatibel ist mit der türsteuerung von irgendwelchen deutschen personenzügen ist jetzt nicht sagen wir mal verwunderlich so wie lösen die bremsen und öffnen langsam den regler und fahren los so zylinder hähne schließen wir wieder und mit dem richtungsschalter gehen wir ganz gleich schon mal zurück nächste halte ist dann essen auf wandhof richtungsschalter auf zurück und können eigentlich an dieser stelle mal ein foto machen ich finde es nämlich eigentlich ganz passend hier so in dieser kurve mit dem dampf sieht doch sehr sehr schön aus finde ich ja mal wieder ein bisschen was exotischere sie im tsw wir haben ja leider keine deutschen dampflok ich weiß auch nicht ob wir jemals welche bekommen werden weil die tg aktuell sowieso gar nicht mehr ein dampflok glaube ich groß interessiert dass sie zu bauen aber wer weiß vielleicht entschattet sich ja irgendwann mal eine third party dazu doch noch mal dampflok zu bauen wir gewinnen gerade nicht unbedingt an fahrt dazu ich bin nicht ganz sicher woran es liegt ich bin ein bisschen kohle schaufeln ich glaube nicht vielleicht liegt es auch daran dass wir bergauf fahren nein nein 355 Grad headed Wir sind jetzt ein bisschen sehr langsam unterwegs. So, gleich sollte gegenüber, sollten auf jeden Fall ein, zwei Züge kommen und vielleicht werden wir jetzt gleich sogar überholt von hinten, denn das Signal hier neben uns ist jedenfalls grün. Oh, hallo, da kommt schon mal jemand. Wir haben mal ganz kurz geguckt, wer oder was das ist. 146 Takt der Schiene 2023, sieht sehr schön aus. Tolles Repaint aus dem Creators Club. Der fährt nach Köln-Bund-Flughafen, also RE6, sehr, sehr schön. So, jetzt ist das, was wir sehen. Jetzt geht es ein bisschen bergab, jetzt können wir etwas Spur nehmen und hoffentlich können wir schneller fahren, jawohl, ihr seht es, wir nehmen langsam die Geschwindigkeit auf, vielleicht kommen wir jetzt auch sogar hoch auf die 80, ah, sieht gut aus, genau, jetzt schieben wir nämlich auch unseren Wagen hinten dran, jawohl, und da werden wir fliegend überholt von der 425, das sind doch die Bilder, für die man noch gerne in diesem Simulator spielt, oder? Das ist genau so, was dann passiert, ich habe das Gefühl, dass das passiert ist, genau an dieser Stelle auch, als wir beim letzten Mal auf Hauptstadtkörnern unterwegs waren, dass wir ebenfalls genau an dieser Stelle fliegend überholt worden sind, da waren wir im S-Bahn-Verkehr. Wer bist du? RB33. Ja, zwischen Essen und Aachen. Also wenn man ganz raussucht, dann merkt man erst, wie schnell die fahren, ne? 100 km aber was das für ein Geschwindigkeitsgefühl ist, so wenn wir reinsehen, dann ist das natürlich ein bisschen, ja, weniger heftig. Hinter der Kurve versteckt sich dann erst mit Frohenhausen, wo die Regionalbahn auch anhalten wird. Und da ist auch noch eine S-1, jawoll, die S-1 macht so hin. Ah, die Regionalbahn ist weitergefahren? Hat sie doch nicht angehalten. Okay, ich dachte, die RW33 hält in Körnhausen. Danach kommt Essen West und wenn wir bei Essen West sind, dann können wir auch im Grunde genommen anfühlsbremsen, aber schon mal ganz leicht bremsen. Ich nehme schon mal den Regler zurück, setze ihn schon mal auf Null. Hier ist Essen West. Das ist der Fernsehturm von Essen, das Betriebswerk von Essen, von Essen-Waldhausen. Das ist ein S-Bandtriebswerk. Das ist ein S-Bandtriebswerk von Essen-Waldhausen. Und 4,22er ebenfalls. Oh, und die Nordwestbahn ist da auch am Start. So, und dann sind wir auch schon im Essen-Hauptbahnhof. Welches Gleis? Okay, ich glaube, das müsste Gleis 5 sein. Die Regionalbahn hält sich vor, der Fuß 8. Kopfgleis. Und wir bremsen langsam rein. So, hervorragend. Einmal die Zylinderhähne geöffnet. Ne? Da. Dann machen wir mal, ja, ich würde sagen, nicht alle Türen auf, aber mal nur hier vorne. Das ist kein Halt zum Aussteigen, sondern nur zum Gucken. Oh, oh. Wie allerweise sollten wir nicht wegrollen. Genau. Die Türen sind auf. Richtung Schalter nach vorne. Signal zeigt schon Fahrt an. Genau. Hier vorne ist auch noch die S-Bahn eingefahren. Und dann würde ich sagen, schließen wir die Türen. So, und so. Lösen die Bremsen. Und öffnen den Regler ganz langsam. Zylinderhähne schließen wir wieder. Und wir nehmen den Richtungsschalter zurück. Und noch ein kleines bisschen. Nächster Halt ist dann Bochum Hauptbahnhof. Und bis dahin halten wir nichts mehr. Die Zugfahrt geht dann weiter ins Eisenbahnmuseum Bochum. noch ein ICE. Regenbogenvariante abgestellt. Und da vorne dampfen wir durch die Gegend. Und da vorne dampfen wir durch die Gegend. schön schön. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß hier mit der Dampflok zu fahren. Das ist halt einfach mal was Neues. Wir haben ordentlich Fahrt aufgenommen mittlerweile. Nein, den wollte ich noch ein bisschen zurückstellen. Jawoll. Und regnen auch vollständig geöffnet. Das Signal ist nicht für uns. Wir müssen nicht fürchten. Alle Wagen noch hinten dran. Jawoll. Schön wie das Ganze hier wackelt. Und da vorne. Jetzt ist es sicher. So, hier fahren wir frei an Essen-Krai, äh Krai-Süd. Das ist schon verrückt, dieses Geschwindigkeitsgefühl, oder? Das ist was ganz anderes, als wenn man so fährt. Also das ist schon ein sehr großer Unterschied. So, wir haben gleich unsere Höchstgeschwindigkeit erreicht, 120 Grad. So, das Signal ist nicht für uns. Einmal den Regler schließen. Wir sind jetzt unter 20 kmh schnell. So, das ist schon ein bisschen. So, das ist schon ein bisschen. So, das ist schon ein bisschen. Und Prochum ist nur noch 7 km entfernt. Zum Glück haben wir heute eine freie Fahrt. Wir haben gar keine Probleme unter PZP heute. Bei einem Hattenschalt. Ja, das steht nicht immer. So, das steht auf der Pfle, diese Pfle. Darunter würde sich nicht nach Hause mentorern sehen. So, das ist schon Motorrad. Also also will ich ein paar Linken in den Balkanier. So, ihr da seid noch. Und dann vergreben, dann geht es einfach, wenn ich nicht nach vorne. So, das ist schon so, das ist schon ein paariße. So, das steht hier. So, das steht. So, das wird schon ein paar Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann mit 60 am Bahnsteig anfangen. Und wir bremsen und halten an. Der ganze Zug ist auch schon am Bahnsteig. Ich hole noch ein bisschen vor und halten an. Gut, für uns geht es dann weiter zum Eisenbahnmuseum Bochum, das mache ich allerdings allein und ohne euch. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und alles Liebe. Links zu den Re-Pants in der Videobeschreibung, macht das gut, tschau tschau.